Pavlichenko. Hier. Eins, zwei, drei. Sind Sie immer noch wild aufs Schießen? Jawohl, Genosse Major. Eins, zwei, drei. Sind Sie sicher? Eins, zwei, drei. Das bin ich. Bereit machen! Genosse Major, gehen Sie zur Seite! Schießen Sie! Sie sind Scharfschützer und kein Artillerist! Eine Neun! Nicht schlecht für den Anfang!